Meine Damen, meine Herren, der zweite Preis der Topola, das ist ein Gutschein. Ein Gutschein im Modewarenhaus Garhammer in Waldkirchen im Wert von 500 Euro. Einkaufen wird derjenige mit der Zahl 521. Jetzt ist das die Nacht. Und nun die letzte Möglichkeit, etwas heute Abend zu gewinnen, hat die folgende Nummer. Der Preis ist ein Aufenthalt für zwei Personen im Johannesbad in Bad Fürsing. Das sind drei Nächte mit Frühstück und mit Thermenaufenthalt und auch mit einem Casino-Eintritt. Und ein schöner Preis, Frau Simona Fink aus dem Informationszentrum wird diesen Preis übergeben. Die Nummer 400. Und das kommt wieder weg.